... ... ... Ja los, wir probieren es morgen wieder. Wenigstens kein Eliminelbücher. Ja, also du gehst du heim. Nein, dann jetzt meist nicht. Da ist eben heim. Ja, dann sollen wir nachher laufen, so lange es daheim ist. Ok. Also. Bis morgen. Was ist dein Gruschen? Das ist so eine Worte. Sagt er, dass er mich am nächsten Mal rauskommt? Ja. Tschüss.